hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja wie man hier schon sehen kann wieder einen neuen prospekt vom netto diesmal was ich mir besorgt habe und auch hier wie bei den anderen prospekten möchte ich euch hier einmal zeigen was da alles zu kaufen gibt an silvester knaller und ja fangen wir auch mal direkt hier an und zwar hier direkt auf der ersten seite für 10 euro giga shot man kann das hier schon sehen das sind hier 282 sei schon drei batterien so die ja halt hier drauf sind okay so an die nächste seite ich hoffe ihr könnt das einigermaßen sehen hoffe ich zumindest haben wir hier für 18 euro zettke hammer aber hier eine große batterie für 13 euro airwolf für 18 euro extremity und dann haben wir für kann ich mal so ein bisschen runter gehen muss also ein bisschen verschieben ja ich denke ihr seht das trotzdem auf dem video für 20 euro star sheriff oder sheriff besser gesagt und dann haben wir hier für 30 euro nightrider und 14 euro danger zone auch hier sage ich wieder ich runde das jetzt alles um ein euro auf deswegen nicht wundern so dann nächste seite haben wir hier ich mache es mal wieder ein bisschen so für 30 euro ein pyro profi set denke da werden auch noch verschiedene so batterien und vulkane fontaine wahrscheinlich drin sein geht einfach mal von aus dann aber hier für 20 euro big power box wo auch nochmal verschiedene fontaine drin sind und auch hier für 20 euro starfighter ebenfalls ja ich denke da werden wohl auch verschiedene vulkan fontaine oder kann auch eine batterie sein bin jetzt gerade nicht sicher ich lese mal kurz einmal scheinen text hier durch also mit vier feuerwerksbatterien eine leuchtkugel feuerwerk ok dann sind halt auch noch mal batterien extra drin ok dann hier unten geht es weiter für 15 euro stargate für 6 euro troja und dann hier mehr die wunschrakete für 2 euro pro stück natürlich aber wenn man jetzt mehrere davon holt ja dann haben wir hier oben für 20 euro stairway to heaven sind ja auch noch mal mit drei batterien dann hier für 30 euro radioaktive oder radioaktiv wie man es immer auch ausspricht ja dann haben wir hier auf der nächsten seite ich versuche das jetzt mal so für 9 euro hornet das ist hier wieder so eine große lange batterie ja das ist wie eine wunderkerze für zwei euro dann haben wir hier für zwei euro break down für sechs euro heat wave für acht euro midnight lady und für sechs euro shooting star dann geht es hier weiter für sechs euro ok es ist eine ganze packung china böller für acht euro thunder wo auch nochmal wieder verschiedene knallfröschen sind da drin und hier diese köpische knall und ich weiß jetzt wieder den namen nicht aber ihr wisst ja was gemeint ist ja und noch andere knall körper mit drin naja naja dann hier für vier euro destroyer für sechs euro flash dance für neun euro big bang also kürbisch kannon schäcke genau so heißen die für zwei euro hier so eine ganze packung ich denke da werden dann wohl sechs stück drinnen sein vielleicht auch sechs teile und hier haben wir vier stück ok dann haben wir auf der letzten seite noch was ja wir haben auch noch ein bisschen was und zwar für zehn euro showtime wo auch hier ein paar raketen mit dabei sind der kleinen kram also wunderkerzen firebird das sind wahrscheinlich hier diese wie heißen sie naja jetzt kommen wir auch nicht auf den namen was haben wir da noch drinnen doch einmal gucken skyball skyballs wieder halt paar böllers knallfrisch und so weiter naja ok für 20 euro skyfall ebenfalls wieder mit einigen raketen und kleinkram mit dabei wie vulkanfontäne und der knallfrisch und vieles mehr und für 30 euro deluxe generation ebenfalls mit raketen mit drin oder auch hier mit kleinen kram was ist da noch dabei ja ok naja vielleicht wisst ihr was natürlich gemeint ist was es alles hier ist und dann hier zum schluss für 10 euro street fighter eine ganze packung raketen für 14 euro space rockets auch noch mal ganze packung raketen für 17 euro new sensation wieder eine raketen packung mit klein kram mit bilders und so weiter und für 20 euro showmaster mit ganz vielen vielen raketen verschiedene größe ja ok dann auch hier wieder für diesen prospekt sage ich euch was ich mir da holen werde ja ich denke mal auch packung raketen denke ich mal wieder für 10 euro werde ich mir wahrscheinlich holen also sprich showtime oder street fighter muss ich mal gucken ja 20 euro 17 und 20 euro 14 euro naja weiß ich auch noch nicht schauen wir mal dann gehen wir hier nochmal drauf zurück dann gehe ich euch das ganze nochmal rückwärts wieder hier ähm ja kürbische kanonenschläge für 2 euro kann sein dass ich die nehme mal gucken ansonsten ähm ähm ja ein feuerzeug für 2 euro ich hatte ja aber in ein prospekt war ja auch so ein das waren ja so sturmfeuerzeuge äh für 4 euro vielleicht nehmen wir das auch für 2 euro aber jetzt nicht hier so wie hier gezeigt wahrscheinlich so ein kleines naja schauen wir mal ansonsten ähm denke ich mal ich werde mir für 4 euro destroyer holen diese batterie ähm 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 flashdance für 6 euro eventuell mal gucken äh thunder ja für 8 euro weiß ich jetzt noch nicht mal gucken ähm shooting stahl werde ich mir eventuell holen ähm midnight lady ähm ähm ja da muss ich mal gucken also ja äh 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 headwave für 6 euro sieht auch ganz interessant aus dieser batterie werde ich mir höchstwahrscheinlich auch holen äh breakdown das ist ziemlich günstig für 2 euro davon werde ich mir auf jeden fall äh äh ich denke mal 2 euro holen vielleicht aber auch 3 mal gucken äh äh hornet diese große lange batterie hier ähm muss ich auch mal gucken bin ich mir da noch nicht so sicher so ansonsten was haben wir hier noch äh 20 20 30 hm ja wunschrakete werde ich mir noch ein paar holen da habe ich ja auch noch welche über von letztes so volles ja vielleicht auch vor drei jahren weiß ich grad nicht aber ich denke die werden auch noch gehen aber auf jeden Fall werde ich mir da auch noch neue von holen das sowieso äh troja ähm ist auch ganz interessant für 6 euro denke ich werde ich mir das holen ähm naja werde ich das dann ja sehen äh äh stargate 15 euro äh nie weiß ich noch nicht 20 20 30 ja hm ich glaube eher weniger na gut okay ähm ähm dangerzone für 10 euro muss ich mal gucken nightrider 30 äh weniger starshelf 20 euro ja wahrscheinlich auch nicht so ganz naja mal gucken ähm extremity ja weiß ich auch noch nicht ähm ähm airwolf könnte auch ganz interessant sein muss ich mal gucken vielleicht eventuell bin ich mir noch nicht so sicher 18 ja weiß ich auch noch nicht äh dann gucke aber hier nochmal giga shot für 10 ja bin ich mir auch noch nicht sicher muss ich mal schauen eventuell ähm ja okay ja gut äh das dann dazu zu dem netto prospekt was es da alles ab morgen freitag den 28.12. zu kaufen gibt und das alles bis montag den 31.12. ja gut okay das wollte ich euch hier in diesem video einmal gezeigt haben damit ihr schon mal bescheid wisst was da so schönes alles gibt und ich würde sagen lasst euch einfach mal überraschen was ich mir alles hole und was ich mir gekauft habe und auch für dieses video sage ich euch hier auch nochmal ähm ich werde euch dann in ein extra video das normal mal alles zeigen was ich mir gekauft habe welche batterien und welche raketen und vielleicht doch ein bisschen klein kram wie zum beispiel jetzt weil es hier was dabei ich gucke mal grad nochmal auf die schnelle mhm ich habe jetzt hier auch noch irgendwie was mit dabei ist ne naja egal okay naja egal okay was soll's ja auf jeden fall ja auf jeden fall werde ich euch das dann alles zeigen okay in dem sinne äh verabschiede ich mich und bedanke mich hier fürs zusehen und zuhören äh wenn es euch gefallen hat lasst doch bitte gerne ein like da gerne kommentare und so ein abo und dann sehen wir uns beim nächsten mal in einem neuen video wieder zurück bis dahin bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal